Hallo und willkommen in der Welt der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hier erhältst du aktuelle Informationen zu politischen Diskussionen, gesellschaftlichen Trends und demokratischen Entwicklungen. Mit spannenden Interviews, Livestreams, animierten, leicht verständlichen Erklärvideos und viel mehr. Lass uns zusammen die gerechte und solidarische Gesellschaft von morgen gestalten. Auf geht's! Abonniere jetzt unseren YouTube-Kanal, um mitzugestalten und immer up-to-date zu bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020